Sie können sich vielleicht erinnern, dass wir vor kurzem Salzgitter gekauft haben, das deutsche Stahlunternehmen. Und das, obwohl die europäische Stahlbranche eine ganz schlechte Zeit durchmacht. Zuerst sind die Preise gefallen, dann hat das grösste Unternehmen fast Konkurs gemacht und schliesslich haben die Amerikaner Importzölle auf Stahl erhoben. Zurzeit ist Stahl eine ganz schlechte Geschichte. Für Anleger ist das aber gut. Das überrascht Sie vielleicht. Warum soll das gut sein? Nun, wenn die Branche einen schlechten Ruf hat, dann sind die Preise im Keller. Und was machen Sie, wenn die Preise fallen? Sie gehen einkaufen. Und das Gleiche macht man auch mit Aktien. Wenn sie günstig sind, lohnt es Aktien zu kaufen. Aus diesem Grund habe ich die europäische Stahlbranche nochmals ganz genau analysiert. Und ich habe vier Unternehmen gefunden, die ausgezeichnete Obermatt-Ränge haben. Das beste Unternehmen kennen wir schon. Das ist Salzgitter. Dicht gefolgt von Vöstalpin, dem österreichischen Stahlunternehmen. Und dann kommt ArcelorMittal. Das grösste europäische Stahlunternehmen mit einer starken Präsenz auch in Indien. Ebenfalls auf dieser Top-Liste ist SSAB, der schwedische Stahlproduzent. SSAB hat die besten Value-Ränge. Und ich mag gute Value-Ränge, weil das bedeutet, man kriegt das Unternehmen günstig. Wie soll ich also entscheiden? Mir gefallen alle Aktien. Am liebsten würde ich alle kaufen. Das ist aber gegen unsere Regeln, denn wir gehen langsam in die Märkte rein. Vielleicht kriegen wir die Aktien ja noch günstiger. Ich muss mich also für ein Unternehmen entscheiden. Und da habe ich mich erinnert, dass wir zurzeit in der Sicherheitssaison sind. Wir kaufen vor allem sichere Aktien. Nun, der beste Sicherheitsrang hat SSAB bei Obermatt. Was bedeutet das? Ein guter Sicherheitsrang bedeutet drei Dinge. Erstens ist die Verschuldung klein. Zweitens ist die Liquidität hoch. Und drittens ist das Refinanzierungsrisiko gering. Unternehmen, die stark sind in allen drei Aspekten, erhalten gute Obermatt-Sicherheitsränge. Und zurzeit hat SSAB den höchsten Sicherheitsrang bei Obermatt in der europäischen Stahlindustrie. Aus diesem Grund entscheide ich mich, SSAB zu kaufen. Das ist meine Entscheidung. Und ich wünsche Ihnen viel Glück mit Ihrer Entscheidung. Das ist meine Entscheidung. Dayruh-F initicek Dayruh-F